Ich möchte Ihnen heute einen neu anbieten Kartenschwingen vorstellen. Dazu benötigen Sie drei bis fünf Karten mit unterschiedlichen Formen und fünf Karten mit unterschiedlichen Farben. Als erstes ziehen Sie eine Karte mit einer Farbe. Dann ziehen Sie eine Karte mit einer Form, hier zum Beispiel das Viereck. Anschließend gehen Sie auf die Website www.bucherpreis.fake und bestellen ein Kissen mit dieser Form und dieser Farbe für nur 2.999 Euro. Und das Ganze nur, solange der Vorrat reicht. Die Lieferung wird Ihnen zugestellt innerhalb der nächsten drei Jahre. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.